Ich muss morgen fliegen auf dem Dach. Auf dem Dach nicht gerade. Da war nix zu holen drin. Das wird knapp, das wird knapp. Boah, hat gerade ein cool Rüchte. Alter, was hat mich da beschossen? Geben wir wieder rein? Ja, ich muss mir erst mal heilen. Ist der da unten? Boah, von hinten jetzt hat's... Oh man, oh man. Auf der Seite kommt jetzt ein ordentlicher Schub. Die sammeln sich da, beziehungsweise. Da hätt ich gern C4 rein. Was? War das etwa schon alles? Keinen Kill? Kann hat er aber so gut platziert? Ach. Was kann da so gut platziert, wa? Ich hab das Ding über das Terminal. Ja. Shit. Haha, er hat erst mal eine Minenkürtel gelegt. Oh, weil er sich das Fahrzeug gezogen hat. Ja gut, ja verrückt eh. Aua. Ich bin auf dem Tief da. Warnung über den Schalter die Einrichtung erobert. Fuck. Ne, den sind verteidiglich erobert. Alter, was haben die für Waffen? Das gibt's doch nicht. Es gibt's doch nicht, was die für Waffen haben. So schnell wie ich da weggerotzt werde. Na gut, da komm ich nicht mehr vorwärts. Alter. Guck mal, ich krieg nicht mal einen Gekill auf welchen in den Hauchenwerfer. Lass mal in Deckung gehen. Kommen sie über die Brücke? Was sind die unten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Das gibt's echt nicht. So viel Pech kann man doch gar nicht haben. Das ist der innen drin. Haua. ist. Das wird auch schon bekämpft. Und weg die Sau. Jetzt aber. Komm, nochmal. Holen den. Das ist nicht. Ne, ne, da kommt nicht mehr. Schade. Das brauche ich nicht mehr auf dem Dach. Auf dem Dach nicht gerade. Ich bin nicht gerettet. Ist das ein C4 wert? Ja, ist ein C4 wert. Anweisungsabteil. Ja, ja, ja. Macht auf. Macht aufklären. Dammit. Dammit, dammit, dammit. Oh, Mann, 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 Mann. Boah, Gott sei Dank wurde ich gerettet. Ja, ja, ja. Wird auch Böse ins Auge gehen können, ne? Würden sie jetzt werden, ja so. Jetzt ange... was? Also mein Fahrer ist... mobile Pushtfornmöglichkeit oder... wird angegriffen. Boah. Glaubst du's? Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. wissen die katzen noch schön da wird man mit maxis alter wie wir sind das glaubst du es erlaufe ich doch jetzt kommt alle über den berg auch mal mitmachen ja genau ich fühlte mich das ding am besten noch gleich was hat mir jetzt gekillt sind sie wieder durch noch kommt noch mal ich komme noch mal kommt noch mal oder auch nicht ich komme doch nicht mehr ich komme doch nicht mehr die max die galaxy hat mich gegrillt jetzt werde ich überfahren ich werde gleich aufweist sie macht ja gar kein schaden daran eine macht auch kein schaden ich gehe raus weil gar kein schaden ist nix ich gehe zu weit weg ich gehe zu weit weg du Männer oben steht einer ich kann machen was ich will egal wo und wie und was ich gehe noch mal kurz hier über zehn minuten und dann bin ich aber wieder raus hier noch ein bisschen lesen nun so furchtbar also das ist echt übel gewesen jetzt nicht so geplant auch gott ihr wisst ja genauso